Ciao zusammen, schön schau dir wieder zu. So, wir sind jetzt gerade in Castiglione del Sole angekommen. Die Reise war lang, wir waren 10 Stunden unterwegs, aber ja, es hat sich gelohnt. Schau dir mal, wie schön das gerade hier ist. Super Wetter, es hat ja die ganze Woche einigermassen schön bleiben. Ich freue mich. Gut, jetzt können wir dann alle zusammen brunchen, ein bisschen mal etwas mega füllen. Heute ist noch ein Easy-Tag, noch ein bisschen Bungalus einbeziehen, alles bereit machen, dann gehe ich sicher noch einmal schwimmen und dann gehen wir sicher noch ganz locker in den Städten joggen. Vielleicht gibt es auch noch Grasen, hoffentlich. Ja, und ja, ich freue mich schon auf die ganze Woche. Es sind viele Trainings drauf, ich freue mich und ich freue mich auch darauf, dass Ende Woche meine beiden sicher total müde sind, aber für das bin ich heute auch. Quatt, ich vencerai. Das war's. Das war's. Das war's. So, und schon ist es Mittwoch. Heute haben wir auch eigentlich so einen Erholungstag, der doch sehr intensiv geworden ist. Am Morgen früh, gerade vor dem Frühstück, ein bisschen Krafttraining machen. Nachher haben wir eigentlich ein langes Schwimmtraining gehabt. Und nach dem Mittag dann ein wenig kurz, aber intensiv aufs Velo. So, jetzt gehen wir noch für ein Stückchen. Das ist nicht so weit, das ist etwa 2,5 Kilometer. Ein bisschen langsam vorne zu joggen. Und ein Klasse Gaudet! Ja, auf das freue ich mich schon den ganzen Tag. Gut. Gut. Ähm. Ja. Gut. Gut. Also, Minibai, die Spülern Show, aber ich freu mich riesig auf morgen. Tschüss, Emma! Tschüss, Emma! Oh, ja. Ja. Au, ja. Au, ja. Deine Jonze. Em, usa schon. Und jetzt werden wir da, Reg Tribe, in오, doch mit Gapnauswale. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.